ja einfach nicht mehr die zeit hat er hat einfach die ganze matematik macht er jetzt also wie soll man zu dem block rüberkommt erklär mir mal bitte das geht nicht dann drücke ich die rückwärts taste weil ich denke ich rutsche wieder runter von dem verfickten blog mein blog der ist hier richtig schwer der ist richtig assi alter vater ich schaff das nicht tut mir leid ich schaff das nicht was ist das denn für sprünge noch ok da kommen ja irgendwelche kisten gleich da kommen irgendwelche kästen berger das sind wirklich eins zwei drei sprünge alter ich weiß nicht wie soll man da oben hinkommen verrat mir das mal bitte man geh doch mal aus der sicht hier du bist ja im gamemod ich hab dich gerade geschlagen hatte ich ja weil ich an dir vorbeigelaufen bin ja und man kann auch wenn man wenn einer an einem vorbeiläuft aufschlagen natürlich mein fadenkreuz war genau auf sein handy gerichtet wie macht man eigentlich so ich kann das gar nicht warte mal genauso so dingsbums sprünge so so was wenn man halt auf auf der stelle einmal springt also dass man halt verstehst du auch keine ahnung wie man das immer das macht da muss man w und 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 dingsbums doppelt gedrücken ne jo 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 ey da fängt das pisswetter schon wieder an boah ey die schaffen nicht mehr da drauf ich auch nicht ey was ist das jetzt was was oh wir springen einfach zu früh ab oh ich komm ich hab keinen bock mehr echt nicht tp taktik gleich wenn du drüben bist holen wir mal ein tp alter hab ich dir jetzt echt hab ich dir echt einen guten tipp gegeben ey ja dann setz doch dann setz doch lieber da wo du dann gespeichert hast zum beispiel hier auch nochmal ein spawn point dann spawnst du immer auf dieser platte und der noch drauf kommen würde mal ja der ist richtig der ist richtig abfuck ey ey ich streif da immer so gegen du ich auch dran komm ich irgendwie ey das ist doch unfassbar hm 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 ja hm 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 ja 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 danach sind das nur einfache sprünge kannst du in einem durch machen wenn du den wenigstens geschafft hast nein ich bin drauf gewesen dann drück ich hab heute ist erstmal aufgefallen dass ich entweder boah Gott dass ich halt äh äh paar mal oh oh das wird gleich lustig oh das wird gleich lustig ich bin nicht das wird gleich lustig was denn wir müssen auf zeit zu der tür dahinten die sich öffnet alles klar ok ach warum schaffe ich denn ach das äh das ach blieb es nicht ich glaube ich muss mir mal eine billige maus kaufen die ich neben meiner richtigen maus habe und die ich dann im notfall wenn ich mich aufrege dann die die billige dann nehme und die gegen eine wand klatsche ey ja oh um mich abzureagieren ey willst du die dreier sache machen einmal runterfallen oder willst du noch versuchen ich war ja grad einmal drauf aber ich bin dann wieder rüber gesprungen weil irgendwie das ist warum sie einfach nur ein bisschen anlaufen ne da muss ich glaube ich auch im letzten moment abspringen ey man 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 verstehe ich nicht heute gab's curryreis mit Huhn ey oh lecker wie in der schule ey von ahrens heute ist samstag du Horst nice heute ist samstag das weißt du ne stimmt so warte mal ich guck mal wie lange der da dauert oh gott ok mach du erstmal mach du erstmal mach du erstmal ich guck dir mal ganz kurz ich bin an der wand stecken geblieben scheiße war zu nah an der wand ach ja man darf nicht an der wand so nah ne ok und ne warte mal was ah man muss einmal erstocken weil man zu weit springt glaub ich aber ist machbar bürger easy game ey easy 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 warte nicht doppelt ey warte nicht doppelt ey was soll ich mal drücken warte was hätte ich gesagt ich drücke hä achso natürlich das könnte man auch machen aber das ist natürlich dann mies für dich nein nicht nein ich drücke und dann rennst du los ah ne stimmt das ist ja echt mies für mich ah ich schaffe es fast bis zur Tür ich muss einmal kurz anhalten glaube ich und mich nochmal neu sortieren weil äh der macht halt dann irgendwann die nein bürger willst du mich verarschen willst du mich verarschen du kleiner wichser du hast meinen du bist so ein kleiner homo fürst ey ne das ist das ist das ist echt scheiße ey die war bei mir offen ich war hier ich hab es geschafft bis dahin das ist zu langsam wie immer ja ich muss aber einmal anhalten ja ich weiß ich musste auch einmal anhalten aber das ist irgendwie zu langsam bah fick dich ey alter das ist ein homo game hier das ist echt ein homo game er da kriegst du ne fotze wächst dir da da hinten kommt auch wieder was mit einer Tür fah oh so irgendwann warte mal ich muss einmal anhalten ganz kurz und dann möchte ich nochmal kurz neu sortieren mach dich bereit was willst du ey ich hätte dir jetzt gedrückt den knopf ja ja da hättest du nicht noch warten müssen und anlauf nehmen da hättest du ein bisschen mehr Zeit ein paar Sekunden und ja ja job danke ich wollte grad sagen was machst du für mich jetzt träumen oder was gehört das ist alles für mich jetzt träumen so near Aber das ist schwierig, weil man erstmal auf den Ding da drauf muss. Ja, hab ich gesehen. Alter, da hoch, hoch, hoch und dann... Boah... Nein, nein, nein! Nein, das schafft man nicht! Hä? Ja, du musst da drauf kommen. Äh, drauf kommen. Da musst du drauf kommen, ne? Musst du da drauf kommen? Ach, komm. Ah, das sind wieder so letzte Absprung-Dinger. Weil ich mach hier den Jackpoint, mach ich hier oben bei mir. Weil immer das Hochlaufen hier wieder, ey, das ist ja... Da bekommst du ja Rücken, ey. Okay, wenn man einmal auf einem, du musst halt im richtigen Moment abspringen, weil das ist... Du musst halt machen, ne? Guck, da fällt sie wieder runter, ne? Boah, das ist unfassbar, yeah! Unfassbar! Alter! Ja, sicher! Okay, ich war oben. Nur danach... Ja, hab's gesehen. Oh, fuck. Hä? Och, die sind wieder so weit auseinander, ey! Boah, wenn du da nicht im richtigen Moment abspringst, dann fällt's halt wieder runter. Weil die... Ah, jetzt regnet's, ja komm, Regen. Regen in Minecraft ist doch die geilste Erfindung ever, ey. Oh, mein... Echt, mein Sack juckt echt, ey. Was?! Das ist richtig fies. Ja, ich weiß. Ne! Auf den ersten, der so weit auseinander ist, hab ich's geschafft. Ja, hab ich auch, ja. Danach, aber du musst halt im richtigen Timing... Äh, da fällt man immer so weit hier runter... Hm. Ach, das ist doch unfassbar, ne, komm, ey. Ich hasse so Sachen, ganz ehrlich. Ich hasse so Sachen. Ja, ich sag halt nur noch Vierersprünge. So an sich, mit den Türen, dass man halt dann... Das ist, find ich, gar nicht so schlimm, ey. Mein Gott, du musst halt dann schnell hüpfen, aber... Ah, du fällst halt hier die ganze Zeit hier. Ich hab jetzt so ganz oft auf den Knopf drauf gedrückt. Dann hab ich halt oben ein bisschen kurz stehen geblieben, hab halt mal ein bisschen hier... Nee! Ich bin durchgelaufen und die Tür ging dann schon offen, wo ich noch nicht mal da war. Und dann ging sie zu. Das muss man richtig schnell schaffen. Man darf gar nicht... Man darf gar nicht warten, du. Oder man muss warten, bis es ausgeleuchtet ist. Man muss warten, du darfst noch nicht drücken. Ja. Was denn? Wenn du neu drückst, ist das alte noch immer aktiviert und dann geht die Tür offen. Ist doch gut. Hab ich grad gemerkt. Nein, ist nicht gut. Ach, dann ist er auch komplett... Weil das alte nur aktiviert ist. Das neue wird noch nicht erkannt. Du musst erst mal ein bisschen warten. So, jetzt kannst du es glaube ich drücken, bestimmt. Alter, Ingmar, Ingmar. Die Tür, die ging offen, wo du grad mal beim dritten Stein da warst. Hätten wir es nicht einfach machen können ohne die Tür? Im Weg. Ja, dankeschön. Ich schaff's doch nichtmals jetzt da oben hin, ey. Ja, ich mach' aber... Ich glaub' ich die letzte Challenge, die es gibt da. Ja. Warum ist die auch so besonders innovativ und auch besonders schwierig. Ach ne, komm, ey. Kann man das nicht kaputt machen oder einfach nur die Sprünge? Die sind schon schwer genug, die Sprünge, ey. Ja, gut, wir können da, theoretisch, wenn wir an der Tür sind, und es ist einfach dann so, weil wir zurück- und wieder runterfallen extra, nur um den scheiß Hebel zu betätigen, mach' ich auch nicht. Da können wir natürlich, können wir sagen, ach komm, wir machen die Tür dann kaputt, aber erst mal dahin kommen, wie gesagt. Ich versuch' jetzt einfach dahin zu kommen, ey. Ja, ich auch. Ohne. Ohne hier das ganze Zeitmäßige. Nein, nein, ich bin wieder kurz eingefallen. Hi. Boah. Weil das ist echt widerlich mit dem... Das ist so widerlich, Vierersprünge. Ohne Spaß. Also, klar, Vierersprünge müssen in einer Adventure-Map vorkommen, weil es ja nicht schwierig genug ist. Aber ich finde, man kann auch eine Adventure-Map mit anderen geilen Sachen stylen. Anstatt nur Vierersprünge, in der Adventure-Map gibt's mehr Führersprünge als... Ja. ...überhaupt irgendwas. Also man kann so viele Sachen machen, wenn's Kakteen-Sprüchen so sind oder sowas halt. Es gibt auch Adventure-Maps, wo man auf einmal ein Labyrinth drin ist und sowas halt, ne? Nicht immer springen, sondern... Und man gucken muss, wo verletzt man sich jetzt nicht, weil da ein Labyrinth ist. Genau. Labyrinth reinpacken. Oder halt, wie gesagt, Türme hoch, dass man halt mit Leitersprünge und, weißt du, solche Sachen. Innovative Sachen. Oder mit Flubber-Zeuche, mit Schleim, dass man springen muss oder solche Sachen. Das sind innovative Sachen, ey. Aber, Alter, nur Vierersprünge machen. Ja, wenn ich das hier so gucke, wenn wir runterfallen, sieht man nur Blöcke und Vierersprünge. Ja, ja. Guck das mal. Außer da unten war... Ja, gut, eigentlich ist immer Blöcke gewesen. Manche Blöcke waren natürlich Dreiersprünge. Die waren natürlich auch dann easy. Oder wenn man Vierer macht, dann wenigstens... Oh, Alter, mit Leitern vielleicht. Weißt du, dass man so Leiterdinger noch hat oder so? Das ist... Aber hier, das ist ja wirklich... Das ist ja keine Kacke. Schön bei der Tür. Ja, mach's so kaputt. Warum springe ich denn immer noch einen weiter, ey? Hä? Ach, komm, ey. Pfff. Pah. Nice. So, warte mal, was steht hier? Bonus room. You can be proud of yourself, because you just complete the world's hardest parkour map. Congrats. You complete this shit. You must have cheated or are Jesus. Anyways, you play us some good damn music. Submit, blah, blah, blah. Ist ne Bonustür. Warte. Warte. If you decided to compete in the bonus, you know that too. Oh, wollte mich jetzt verarschen. Hä? Oh, müssen wir jetzt hier ein Rätsel lösen? Echt jetzt? Hier ist TNT. Ganz viel. Das hab ich. Or destroy this place. Let us burn. Okay, aber hier. Down red, up green. Ja, toll. Aber wie sollen wir denn jetzt Dings finden? Den richtigen, äh, Weg? Hä? Oder einfach rumexperimentieren, aber das ist ja auch scheiße, oder? Können wir, natürlich können wir jetzt sagen, warte, jeden zweiten machen wir runter. Okay. Dann machen wir die mal runter und die machen wir hoch. Wo, 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 wo sollen wir denn? Hä? Och, Kinder, woher sollen wir das denn wissen, ey? Hä? Oder hast du jetzt irgendwas hier übersehen? Nee. Ich hab hier jetzt nicht, ehrlich gesagt. Da ist es. Only player allowed. Only one player allowed. Ja, einer muss den Hebel tätigen, den Hebel. Alter, wie sollen wir denn jetzt hier reinkommen? Hä? Oh, warte. Oh Gott, 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 ey. Okay, will der mich jetzt verarschen, hier, die Adventure-Map? Wo war nochmal das Ding, um hier das Tor zu öffnen? Feuerzeug. Gebe einfach oben ein bei der Sanduhr. Ja, stimmt. Oh, ist das... Also, das hat mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das jetzt nicht so toll. Ich... Weiß auch nicht. Hä? Warum geht das jetzt nicht? Ich bin nur einer. Ach, ich bin im Game... Bist du auch im Game-Mod? Nee, also ich bin im Survival. Ganz normal. Versuch du mal alleine. Geh mal ganz raus hier aus dem Raum. Ich... Geh mal raus. Wenn ich mal zerstöße die Tür gleich. Ja. Nee, da passiert nichts. Turn around. Turn around. Dreh dich um. Hä? Ach komm, das funktioniert nicht, ey. Keine Ahnung. Ich... Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, äh... Hier sind alles mit Schaltern gewesen, hier. Aber das hat einfach keine... Das hat einfach keine richtige Funktion. Da unten, das hat auch keine Funktion. Ich hab keine Ahnung, wo man dann hin teleportiert werden soll, angeblich. Gibt's hier irgendwo... Gibt's hier irgendwo noch einen anderen... Ich flieg mal kurz nach ganz unten. Gibt's hier irgendwo was... Was wir übersehen haben hier? Hier ist eine Zugstrecke. Ich folg dir einfach mal. Ey, wo? Ja, ganz unten. Das ist eine Zugstrecke und die führt jetzt... Zu so einem Dorf hin. Ach, hier ist eine richtige Challenge, ey. Okay, ernsthaft. Geil. Start Button. Cool. Nice. Wettrenning mal. Ach so. Nur wenn wir jetzt runterfallen, bei euch einer von uns... Wie ich jetzt? Da musst du von... Ja. Warst du da gespeichert da hinten? Nee. Du? Nee. Warte mal, ich mach creative und flieg wieder da hinten hin. Warte, hast du gespeichert? Ich hab gespeichert. Am Bett, da wo ich aufgehört hab. Oh, ich war fast... Alter. Alter, Vater. Wo müssen wir jetzt lang? 100 Blocks, Stride, Run, Forest... Da hoch müssen wir nicht. Also müssen wir einfach hier... Ich bin da. Congratulations, congratulations, you win. Now what? Kann ich denn die Seite wechseln? Kann ich die Seite irgendwie? Wie und mehr gibt's hier nicht? Nee. Börje. Ach ja, toll, Börje. Du bist ein kleiner Wichser. Oh. War noch zu Ende. Das war hier drin in der Kiste. Ja. Was hat denn jetzt für einen Sinn gehabt? Das Ding hier noch zu bauen, hier. Hm. Muss man vielleicht nicht verstehen. Ich guck mal ganz kurz, ob hier was in der Pyramide drin ist. Weil... Warum soll... Oder ist die einfach hohl von außen? Warum hast du eine Rüstung an, Börje? Nee, ist hohl, Börje. Ist hohl, ist hohl. Weil es in der Kiste war. Ach so. Weil er würde jetzt noch PvP sein, oder was? War es wohl. Der Sieger darf wahrscheinlich den Verlierer tun. Keine Ahnung. Na gut. Ich würde sagen... Also wie gesagt, die Adventure Map so an sich. Okay, ganz okay, nett, ne? Aber jetzt nicht irgendwo sag, okay, zum Schluss war es noch immer noch geil. Weil zum Schluss war einfach nur noch Vierer-Dinger. Und Vierer-Dinger sind... Die sind immer scheiße. Also kannst du machen, was du willst. Richtig abfuck. Naja. Nee gut. Wie gesagt, wir sehen uns dann zu einem neuen... Ja, irgendwas, was wir zusammen zocken. Minecraft erstmal ist wieder pausiert, ne? Weil... Schnauze voll. Ja, auf jeden Fall, ey. Müssen wir mal gucken, was wir noch so als zweites Thema machen. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Adventure Map Minecraft Staffel 6 mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva. Genau, wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.